Ich wünsche euch jetzt viel Spaß dabei. Ja. Nochmal, oder? Servus Leute. Am Mittwoch haben wir im Stream ein paar Packs rausgeballert. Die Highlights davon haben wir euch nochmal in einem Video zusammengeschnitten. Wenn es euch gefällt, lasst doch einfach mal ein Like da und auch ein Abo. Ist ja alles kostenlos. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken. Da zieht jetzt jeder halt zwei von den 5K. Ah, diese Nähscheiße. Ohohoho. Und mein erstes 5K-Pack. Na, Leute, wo ist der Schlitz? Wo ist der Schlitz? Ist auf Hemden. Wer dran? Ist nix. Ist nix, aber ist ne Special Card, Leute. Im 5K-Pack. Mandy. Ich würde mal sagen, der Kevin hat es schon getoppt. 15K-Pack. 50K-Pack, jetzt dürfen wir auf jeden Fall 6, 7 Stück. Yes, Schlitz. Ist der. Romario brauchen wir immer noch. Und es heißt, du bist in Führung. Egal, was er hat. 380. 380, führt. 2 SPCs, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ne, dann hatten wir keine Non-Rails mehr. Nein, nein. Nice. Mit den TOTZ hast du es, Lerge. Da ist er wieder. Leute, den TOTZ. 92 also. Fuck, Alter, Leute. Ist das geil. TOTZ-Counter ist wieder am Start, würde ich sagen. Kaste. Was geht ab, Leute? Fuck, Frank, reicht ein M. Weg hier. Nein. Ah, Gleichstand. Nice, Leute. Nicht, glaube nicht. Deswegen gibt es noch nicht auf dem Markt, denke ich. Schlitz ist da. Poppa. Ich habe gedacht, das sei. Ja, das ist ja zu heftig. Ich habe schon gedacht. War abwechselnd. Ja, ja, klar. Leute, so geht es weiter, ey. Richtig geil. Schlitz. Poppa. Nein. Koscieli. 84. Ist halt leider nichts aktuell, ne? Nichts, aber kann man zum Eintausch nehmen. Nächste Special Card. Richtig geil. Irgendeine Team auf der, keine Ahnung was. Stimmt, grüß's mal. Ich weiß gar nicht, ob er so eine Karre hat. Ben, äh, starke Karre. Ich muss mal gucken, was wir jetzt alles, was wir jetzt alles, was wir jetzt überhaupt alles für Special Cards haben. Wir haben ja keinen Überblick mehr in Parade. War ein geiler, Leute. Das müsste jetzt jemand besser ziehen. Und dann sehen wir mal, wer das Letzte auch machen dürfte. Schlitz ist da zumindest. Ist schon mal gut. Das hat 50 Kaffee, äh, Jahrstein. Kannst du machen. Das wäre doch was Gutes, ey. Auf geht's. Schlitz. Es gibt's nicht, Alter. Das ist... Nee. Ich warte eigentlich nur auf meine Icons. Bänder. Bänder, nice. 89, Leute, Alter. Ich bin zufrieden bis dahin. Ich überschlau dich. Yes, das gibt's nicht, Leute, Mann. Fuck. Ist das krass. Wie viele Icons, äh, wie viele... Nein, nicht nochmal wählen. Aber wir können dann verkaufen jetzt, oder abstoßen. Heftiges Ding. Und jetzt kommen dann noch die ganzen SBCs. Richtig, da hab ich voll Bock drauf. Da können wir den anderen Chies eigentlich eintauschen. Haha, uhuhu. Leute, was ist los? Brasilien, RF, Costa. Geil. Alter, fuck. Ich bin raus. Ich bin raus, Leute. 95, Claire. Fuck. Was ist... Den spielen wir auf jeden Fall mal. Für das Brasilienteam. Ja, den spielen wir auf jeden Fall im Brasilienteam. Leute, heftig, heftig. Fuck. Da kann noch was drunter sein. Fuck. Du drückst. Leute, fuck. Leute, meine Fette. Der ist wahrscheinlich sogar noch was zu beeren, oder? Ja, ja, eventuell. Ja, Mann, Alter. Fuck, Leute. Ist das geil. Wäre schon mal geil, eigentlich. Da gehe ich aber schlafen. Oh, nächster Totz, Leute. Ist am Start. Sorry, für mich ist das nichts Besonderes mehr. Zu dem... 94er Parejo. Das geht dann auf 96 hoch, weißt du, ne? Das spielt in Führungst. In Führung. Ich will das 45-Karte gar nicht haben. Ja, ich weiß schon. Ist das in Form? Ja. Können wir gleich verkaufen. Ey. Krass. Krass, Leute. 86er auch. What the fuck? Ich glaube, da kommt jetzt 80 oder so was. Oder 81. Das ist doch USA, oder? Ja. Wenn man dann Inform eintauschen muss, haben wir jetzt auch den Inform schon gezogen dafür. Ja. Leute, raus! Wenn man einen Totz eintauschen müssen, haben wir jetzt auch den Totz wieder gezogen. Brasilien. ZDF. Gustavo. 95. Ey, krass. 93. Leute, komplett raus für heute. Komplett raus. Das ist aus den 45-Karten. Ja. Erstaunlich.